Was machen die Insel von Manderweich? Manderweich kommt doch die Insel von Manderweich. Manderweich kommt doch die Insel von Manderweich. Der ist natürlich allen cooler als die anderen waren. Weil er zur gleichen Zeit... ...und drei Kinder lernen. Oh, cool! Die war schon raus, glaube ich. Das ist schön. Schön, jetzt habe ich auch das Grün. Bitte, nicht die Scheibe ablecken, ja? Uuuuh! Nee, das ist vorne. Der ist klein. Der steht da. Der ist ein... Der... Nein, guck, der ist... Oh, Hannes! Komm mal wieder her. Wie geht ihr euch? Die ist so weit, wenn wir uns nicht gut sind. Ui, 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 ui! Komm ja, deswegen gehen wir weiter zu den Pinguinen. Ja, guck mal zu den Pinguinen. Die gehen jetzt ja auch mal weiter, komm mal. Die gehen jetzt raus? Genau, die gehen auch noch raus. Auf Wiedersehen! Wie geht ihr zu den Pinguinen? Die geht jetzt buch. Ja. Danke.